Und warum müssen da jetzt die apokalyptischen Reiter hier rumhängen? Das alles ein bisschen anders als sonst hier. Wir brauchen ja noch nicht den Wechselspass, ist es? Ist ja witzig. Ja, ja. Hier hinten müssen sie irgendwo sein. Ja, aber der Lahn, der ist auch irgendwie... Der hat bloß alle zwei Wochen irgendwie einmal auf oder so. Das sieht ja schon spannend aus. Der ist ja direkt bei meinem Mädel und der hat ihn manchmal da auch angebrochen. Man hat ja nicht schon in der Woche irgendwie... Da sitzen sie ja. Hey! Hallo! Die Reiter! Guten Tag! Wir sind einfach mal so Backstage gekommen, weil wir uns keiner festgehalten halt vorne. So einfach ist das. Dann wüsst ihr wieder leschen. Das ist der neue Hit für den Karte. Genau, aber... 10. August. Flughafen Berlin. Gibt es uns dann live in Farbe, bestellt in 3D. Alles, was ihr wollt. Sehen wir uns. Das ist cool. Dann werden wir euch jetzt mal wieder verlassen. Dann... Da... Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!